So, wie gestern im Video versprochen, heute die zweite Ausgabe der Top 5 Liste. Ihr seht da, Cards für Constructed. Also ich habe mich jetzt nicht auf Standard beschränkt oder auf Modern oder auf Pioneer oder auf Historic oder auf Alchemy oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach Karten rausgesucht, bei denen ich denke, die werden irgendwo im Magic-Universum einen Auftritt haben. Und da habe ich mir halt einfach fünf Karten rausgesucht. Aber natürlich, ihr kennt mich in der Zwischenzeit, für diejenigen von euch, die regelmäßig die Top 5 Videos gucken, wissen, dass ich nicht ohne Honorable Mentions auskomme. So ist es natürlich auch heute wieder. Und ich werde euch meine Karten vorstellen, die in meinen Augen das höchste Potenzial haben, in irgendwelchen Constructed-Formaten gespielt zu werden. Fangen wir also direkt mal mit dem Ober-Cheating an, und zwar den Painlands. Da haben wir nämlich direkt auf einer Folie vier Karten untergebracht, von denen ich glaube, naja, im Standard braucht man Mana, im Standard braucht man Duallands. Und so wird man sich auch auf jeden Fall über Lanoa Wastes, Underground River, Battlefield Forge und Brushland, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Grüne heißt. Ich hoffe Brushland, oder das Grün-Weiße heißt, kümmern. Ja, es sind einfach Duallands, die entweder für Colorless Mana tappen oder eben für farbiges Mana. Dafür muss man dann allerdings immer ein Leben bezahlen. Das sind definitiv welche der schlechteren oder weniger starken Duallands. Aber im Standard muss man sich auch häufig mit dem zufrieden geben, was man da bekommt. Und dadurch, das ist gar nicht so unbedingt schlimm, tatsächlich so eine Painland Mana Base zu haben, denn wir haben ja auch noch andere gute Länder. Und dann hat man eben schon die Möglichkeit, wieder auf mehr Dualls und eine sichere Mana Base zurückzugreifen. In älteren Formaten werden die Painlands eher weniger gespielt, wobei ich tatsächlich sogar auch noch manche Rakdos-Listen im Pionier sehe, die dann die ein oder andere hier jetzt beliebiger Name für das schwarz-rote Painland einfügen. Auf jeden Fall zocken. Aber ich finde Painlands, also Länder, Duallands, die Rarelands, die gehören eigentlich immer mit auf so eine Top-5-Liste. Die werden nämlich einfach immer gebraucht. Was als nächstes ganz hoch im Kurs steht, ist sozusagen das Brothers War Khan Package. Also der 4-Mana-Khan, der sich immer so netterweise ein Artefakt aus dem Exil tutoren kann. Da haben wir unter anderem die Haywire Might und der Stonebrain. Für ein Mana 1-1-Artefakt-Creature-Insect-Uncommon. Wenn sie stirbt, kriegen wir zwei Leben. Und wir können sie opfern und wir exilen ein Non-Creature-Artefakt oder Non-Creature-Enchantment. Also auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, aus dem Wish-Ward was rauszuholen, um so eine Art Disenchant zu haben. The Stonebrain ist so eine Art, naja, ich sag mal, wie heißen diese Sachen? Surgical Extraction-Effekt, so ein Extraction-Effekt. Zwei-Mana, Legendary-Artefakt, at Rare. Für zwei Untappen exile the Stonebrain, choose a card name, search target opponent's graveyard hand and library for up to four cards with the name, and exile them. That player shuffles, then draws a card for each card, exile from their hand this way, activate only as a sorcery. Für super spezielle Combo-Decks, die eben auf eine Karte angewiesen sind oder so, ist Stonebrain natürlich auch eine super Sideboard-Karte. Und das Schöne an so einem Khan-Wishboard ist, man muss sich damit ja auch nicht voll klatschen. Man kann dann einfach relativ entspannt eine Kopie davon spielen. Da man ja vier Khans im Main-Deck spielt, hat man sehr hohe Wahrscheinlichkeit, an Stonebrain dran zu kommen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man beachten sollte für diverse Constructed-Formate, wo dieser wundervolle vier Mana Khan legal ist. Wir waren gerade schon bei Ländern, wir kommen wieder zu Ländern zurück. Man-Lands sind auch immer sehr interessant. Mishras Foundry, glaube ich, könnte theoretisch auch Constructed-Potenzial haben. Wir haben ja ein Rare-Land, das tappt für Colorless. Wir können es für zwei Mana zu einem 2-2 Assembly-Artefakt, äh, zu einem Assembly-Worker machen, der zusätzlich eine Artefakt-Kreatur ist. Und außerdem können wir für einen Mana und Tappen einem Attacking-Assembly-Worker plus 2 plus 2 geben. Ist nicht das beste Man-Land aller Zeiten, wenn man das jetzt gerade mal mit Mutter-Ward und so weiter vergleicht, aber vielleicht flexibel genug und genug Abilities draufstehend, dass man irgendwo in einem Assembly-Worker-Deck durchaus Mishras Foundry spielen kann. Ihr seht, ich gehe ein bisschen schneller durch die Honorable Mentions, denn wir haben ja auf jeden Fall noch einiges hier auf der Liste und unter anderem auch als Honorable Mention, ähnlich wie im Limited, der Phyrexian Flash Gordon hat ihn schon vorgestellt. Sieben Mana, sieben Fünf, Menace, Lifelink. Ward ist so viel Leben zu bezahlen, wie er Power hat. Da steht extra drauf, weil es flexibel ist, denn wir haben ja noch die Prototype-Ability. Wir können ihn nicht für sieben Mana als sieben Fünfer spielen, wir können ihn auch für eins schwarz-schwarz als drei Dreier spielen. Dann werden die Power- und Toughness-Charakteristika und die Farbidentität überschrieben. Und, äh, ja, er ist da nicht ganz so gut, aber er kostet eben nur drei Mana. Die Flexibilität ist sehr, sehr gut und ich glaube, Phyrexian Flash Gordon ist auch die zweitteuerste Karte im Set aktuell. Ich glaube nur, dass Teferi teurer ist und, äh, ja, er wird halt, glaube ich, auch Play sehen. Also man könnte ihn in einem Mono-schwarzen Aggro-Deck spielen. Drei Mana, drei, drei Menace, Lifelink ist definitiv nicht schlecht. Lifelink, auch eine schöne Sache, sollte es irgendwie ein rotes, aggressives Deck geben oder um vielleicht auch mal den Life-Loss von irgendwelchen Painlands oder sowas irgendwie wieder auszugleichen. Also Lifelink sehr, sehr schön, Menace sehr, sehr schön und dass man ihn abräumen muss und Leben bezahlen muss, spricht natürlich dafür, dass er auch sehr, sehr gut in ein aggressives Deck passt, wo man sich vielleicht irgendwann die Ward-Kosten einfach nicht mehr leisten kann. Wenn ich mir jetzt Mono-Black-Argo vorstelle und ich lege dann irgendwann so einen 7-5er, der mich sieben Leben kosten würde, abzustellen, das wäre schon nicht ganz so geil, glaube ich. Ja, genauso wie das Khan-Package haben wir ja auch das rote Schüsse-Package. Es gibt wieder einen Sweeper und es gibt eine sehr, sehr gute Lava-Coil im Format. Wir haben Brotherhood's End für 1 Rot-Rot, eine rote Rare-Sorcery. Wir dürfen uns eine Sache aussuchen. Brotherhood's End deals 3 Damage to each Creature and each Planeswalker oder destroy all Artifacts as Mana value 3 or less. Für 3 Mana 3 Damage schießen ist irgendwie sowas, was man schon häufiger mal gesehen hat. Sweaturing, Sunset Cycling, Anger of the Gods, Exide die Kreaturen. Hier haben wir eben auch noch die Möglichkeit, den Schaden auch noch auf Planeswalker zu schießen. Beziehungsweise, wenn wir jetzt gar nicht unbedingt die Kreaturen umwämsen wollen, können wir auch einfach kleine Artefakte zerstören. Ein schöner, flexibler Wrath-Effekt, der kleine Kreaturen umschießt, also gut für den roten Kontrolldeck und eben auch noch nervige kleine Planeswalker mitnimmt. Also Brotherhood's End wird sicherlich auch irgendwo einen Auftritt haben. Und Obliterating Bolt kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ist zwar für 2 Mana nur eine Sorcery at Uncommon, aber immerhin, Obliterating Bolt deals 4 Damage to target Creature or Planeswalker. If that Creature or Planeswalker would die this turn, dann exited instead. Mindestens als Sideboard-Karte kann ich mir die Karte sehr, sehr gut vorstellen. 2 Mana, deal 4 Damage ist immer gut, Exiling ist sehr gut und dass sie eben auch noch Planeswalker trifft, äh Planeswalker trifft, ist für mich auch ein echt gutes Gesamtpaket. Das beschließt dann aber auch die Honorable Mentions. Ich will jetzt auch nicht, sagen wir mal, die Top 5 Liste zu einer Top 40 Liste ausarten lassen und wir kommen dann jetzt zu den Top 5 Karten des Sets. Auf der 5 haben wir Misery's Shadow. Wird auch relativ hoch gehandelt, das sind 2 Mana, 2-2 Shade at Rare, hat die schöne Ability, if a creature and opponent controls, would die exiled instead, also so ein bisschen Graveyard-Hate im weitesten Sinne und für 1 Mana, Misery's Shadow gets plus 1, plus 1 until end of turn. Das ist wahrscheinlich der beste Shade, der jemals gedruckt wurde, für 2 Mana, 2-2 und diese Ability kostet normalerweise immer schwarzes Mana und dadurch war man so ein bisschen restringiert, Shades zu spielen und konnte die meist einfach nur in Mono Black spielen, damit man die Shadows auch einfach gut pumpen konnte. Das ist jetzt nicht mehr notwendig, jetzt kann man es mit jedem Mana machen, selbst mit Power Stone Mana. Angenommen Power Stones kommen irgendwie ins Constructed oder ins Standard rein, kann man einfach hier den Shadow pumpen und dass da zusätzlich noch diese andere Ability drauf gedruckt ist, ist eben auch sehr, sehr stark, denn ich meine, wir werden mal schauen, was in den nächsten Sets so kommt, aber der Graveyard ist im Moment nicht unwichtig für sehr, sehr viele verschiedene Formate, ist der Graveyard eine Art zweite Hand oder eine Art zweite Library und da muss man dann halt aufpassen und da sind solche Sachen, die eben Sachen, da sind solche Karten, die eben direkt Kreaturen, Exile zum Beispiel, sehr, sehr, sehr stark, also Misery Shadow, denke ich, kann ich mir sehr, sehr gut im Constructed vorstellen. Auf der 4 haben wir für mich die Surge Engine, 2 Mana, 3-2, Artifact Construct Mythic mit Defender. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ein Defender in meine Top 5 List reinkommt, weil meistens sind Kreaturen, die nicht angreifen können, schon irgendwie nicht so geil, aber lesen wir uns erstmal die Abilities durch. Für ein blaues Mana, Surge Engine loses Defender and gains this creature can't be blocked. Okay, das macht es schon mal sehr, sehr, sehr viel besser. Für 3 Mana, 2 und ein blaues, Surge Engine becomes blue and has base power and toughness 5-4. Activate only if Surge Engine doesn't have Defender. Okay, so langsam nähern wir uns, Powerful. 4 Blau-Blau, draw 3 cards. Activate only if Surge Engine is blue and only once. Ja, also das ist so eine Art, ich sag mal, ja, wie hießen die Karten denn? Dieser eine Spirit, Ascendant Spirit oder ganz früher gab es diese eine rot-weiße Karte, diese, ich weiß, ich habe wirklich vergessen, die Karten, die gelevelt werden konnten. Und das ist die neueste Ausgabe davon. Und ich muss sagen, sie gefällt mir sehr gut. Sie passt nicht in jedes Deck rein, aber ich könnte mir sie zum Beispiel sehr, sehr gut als Wind Condition in einem blauen Control Deck vorstellen. Man legt sie auf 2 hin und muss sich dann einfach gar nicht mehr darum kümmern. Also sie ist entweder ein guter Blocker, weil mit 2 Mana, äh, Figure of Destiny übrigens, fällt mir gerade wieder ein, die Karte, die ich meinte, Figure of Destiny, ähm, für 2 Mana 3 Power räumt in der Regel auch gegen Aggro Decks erstmal was ab. Und dann lege ich sie hin und weil es der Gegner irgendwie nicht so viel Pressure gemacht hat, dann lasse ich sie einfach liegen und wenn der Gegner irgendwas Schlimmes macht, counter ich das und wenn der Gegner nichts Schlimmes macht, dann sage ich einfach End of Turn, ich benutze die Abilities. Und dann wird die Search Engine plötzlich ganz, ganz schnell von einem Blocker zu einer Wind Condition. Und je günstiger eine Wind Condition in einem Control Deck ist, desto besser ist es natürlich, weil, naja, ich kann sie early spielen und ich kann vielleicht auch mal um die Counterspells eines Gegners drumherum spielen und muss mich dann einfach gar nicht mehr drum kümmern und hab einfach immer sozusagen die Shields ab. Und dadurch, dass alles Instant Speed geht, selbst dieser Card Draw, der zwar nur einmal benutzt werden kann, aber selbst der Card Draw ist Instant Speed, ist die Karte einfach mega gut und wenn man mal ganz ehrlich ist, 5 Power Unblockable, da braucht man auch nicht lange, um das Spiel zu gewinnen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie in einem Agro Deck vielleicht gut ist. Also wie gesagt, so das Erste, was mir eingefallen ist, da bin ich wieder ein bisschen gebiased, ist natürlich das Control Deck als Finisher, aber ganz ehrlich, eine 5 Power Unblockbare Kreatur ist auch einfach so nicht schlecht. Also ich glaube, Search Engine wird auch zumindestens im Standard auf jeden Fall ein Zuhause finden. Auf der 3 haben wir dann Giggs, Yarkmoth Praetor. 1 Schwarz-Schwarz für den 3-3 Legendary Phyrexian Praetor Mythic. Whenever a creature deals Combat Damage to one of your opponents, naja, auch so ein bisschen schon so Commander geworden, its Controller may pay one life. If they do, they draw a card. Was hier das Spannende ist, ist, dass das häufiger als einmal triggern kann. In den letzten Jahren haben wir so im Design Space von Magic Karten häufig den Regeltext gelesen, this triggers oder this can only trigger once each turn. Ja, so dass man so ein bisschen was reguliert hat. Welcoming Vampire zieht zum Beispiel nur noch eine Karte. Da steht immer drauf, dass das nur einmal pro Runde gehen kann. Das ist bei Giggs nicht so. Je mehr Kreaturen ich draußen habe, desto mehr Trigger habe ich sozusagen und desto mehr Karten kann ich ziehen. Und Giggs passt dann natürlich auch wieder sehr, sehr gut in eine schwarze Aggro Shell rein. Dann lege ich den, ich lege irgendwie einen One Drop, zum Beispiel den Evolved Sleeper. Ich habe auf zwei zum Beispiel Misery Shadow oder irgendwie einen anderen guten Two Drop Tenacious Underdog. Da gibt es ja einige. Auf drei lege ich Giggs und dann werde ich schon irgendwie eine Karte ziehen oder vielleicht sogar zwei oder so. Also Giggs kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, aber das ist ja noch nicht mal das Einzige. Da steht ja noch ein bisschen mehr drauf. Für vier Schwarz, Schwarz, Schwarz und Discard X-Cards. Giggs sieht ja so ein bisschen so aus, als könnte man irgendwie mit einer schwarzen Weenie-Strategie sehr, sehr viele Karten ziehen. Wenn ich dann irgendwann nochmal auf sieben Mana komme, ich meine, das halte ich jetzt für eher unrealistisch. Kann ja nochmal 20 Karten abschmeißen und 20 Karten vom Gegner spielen. Ich glaube, dass diese beiden Abilities nicht so gut zusammenpassen. Da ist Giggs so ein bisschen schizophren, drehen, weil auf der einen Seite will man glaube ich einfach kleine Kreaturen legen und das Ganze in eine Agro-Shell packen und ich will eigentlich nie auf sieben Mana kommen. Aber es ist vielleicht nochmal ein ganz guter Fail-Case, um einfach zu sagen, naja gut, sollte ich ein bisschen ausfladden und dann ganz viele Länder haben oder Karten, die ich nicht mehr gebrauchen kann, dann kann ich auch einfach noch diese sieben Mana-Ability benutzen. Aber ich glaube, das Gesamtpaket bei Giggs stimmt auf jeden Fall und ähnlich wie bei der Search Engine bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Giggs irgendwo ein Zuhause finden wird. Jetzt wird es so langsam heiß, wir nähern uns den Top-Platzierungen auf der 2, eine Ankamm, ein bisschen spekulativer Pick hier für mich, Third Path Iconoclust, blau-rot für einen 2-1 Human Monk, Ankamm, whenever you cast a non-creature spell, create a 1-1 colorless soldier artifact creature token. Und ich glaube, das ist ein ziemlich krasses Improvement zu Young Pyromancer. Fairerweise muss man sagen, Young Pyromancer war leichter zu casten, der war einfach eins und ein rotes, aber spielt man Young Pyromancer nicht einfach immer in einer rot-blauen Shell? Will man nicht diese Karten immer zusammen mit blauen Cantrips spielen, wie zum Beispiel Consider oder Opt oder Brainstorm oder Ancestral Recall oder was auch immer? Ihr kommt schon, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, hier kam schon die Ponder-Polizei vorbeigefahren, die mögen nämlich die ganzen blauen Spells nicht. Ja, also für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz krasses Improvement zu Young Pyromancer. Fairerweise muss man sagen, Young Pyromancer wird nicht mehr viel gespielt, aber das heißt ja nicht, dass dieser Ikono-Clust nicht einfach viel, viel, viel besser ist, denn anstelle von Incident Sorceries auf Non-Creature Spells zu triggern, ist schon ein ziemliches Upgrade, aber das vielleicht noch viel größere Upgrade ist, dass diese Elemental-Tokens vom Young Pyromancer durch Artifact-Tokens ersetzt werden. Und ich weiß nicht, aber so gerade auch in älteren Formaten, so wenn man sich so an Constructs erinnert, also Golems oder Kreaturentokens, die größer werden, je mehr Artefakte man kontrolliert oder wie viel man einfach mit Artefakten anstellen kann, einfach eine große Anzahl von Artefakten auf dem Battlefield zu haben. Ich denke jetzt auch gerade an Affinity oder zum Beispiel, ja, von mir, ja, tatsächlich, irgendwie, tatsächlich an Affinity ähnliche Sachen, also die einfach davon profitieren, wenn viele Artefakte auf dem Battlefield liegen. Es gibt diese weiße Saga, ich glaube, Michikos Reign of Truth oder sowas halt, aus Kamigawa. Wir haben tatsächlich immer noch, keine Ahnung, ganz viele andere Karten, die eben davon profitieren, wenn viele Artefakte da liegen. Und ich glaube, das ist das größte Upgrade, was der Ikono-Clust gegenüber dem Pyromancer bietet. Und da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass in Izzet Shells erstmal versucht wird, immer vier Ikono-Clusts zu spielen. Klar, er ist anfällig. 2-1, muss man sagen, sind nicht die besten Stats. Aber ich glaube, wenn der Typ jetzt auch noch bessere Stats hätte als 2-1, dann wäre er wahrscheinlich einfach komplett broken. Von daher für mich eine sehr solide, aber irgendwo auch spekulative 2-3-Path-Ikono-Clust. Ja, Leute, ich mache da keinen Hehl draus. Ich bin ein Fan von Blau, ich bin ein Fan von Teferi Temporal Pilgrim. Und ähnlich wie im Limited hat er es für mich auch im Constructed auf die 1 geschafft. Das bedeutet einfach nur, dass ich bei ihm die höchste Wahrscheinlichkeit sehe, dass er im Constructed einen Auftritt haben wird. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er mindestens im Standard gespielt wird. Für diejenigen, die gestern nicht dabei waren, Teferi Temporal Pilgrim, 3 Blau Blau für einen 4-Loyalty Legendary Planeswalker Teferi Mythic. Mit der Static, Whenever you draw a card, put a Loyalty Counter on Teferi Temporal Pilgrim. Für 0 ziehe ich eine Karte, ist aber eigentlich plus 1, weil mit der Static Ability bekommt er eine Loyalty Marke. Für minus 2 erzeuge ich einen 2-2 Blue Spirit mit Vigilance, der auch noch immer wächst, wenn ich eine Karte ziehe. Und für minus 12, sei mal dahingestellt, ob ich da hinkomme oder nicht, Target Opponent chooses a permanent they control and returns it to its owner's hand. Then they shuffle each non-land permanent they control into its owner's library. Also auch noch ein game-winning Ultimate. Teferi muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Er zieht Karten, er beschützt sich selber und diese Spirit Tokens sind einfach komplett broken, weil sie einfach so schnell so viel wachsen. Im Limited würde ich behaupten, ist es vielleicht nicht ganz so krass, weil im Limited ziehe ich im Schnitt pro Runde eine Karte, wenn ich Teferi liegen habe, vielleicht auch mal zwei und dann wachsen die so ein bisschen, wachsen die ein bisschen. Aber diese Spirit Tokens können halt einfach im Constructed ja komplett ausrasten. Also ich spiele keine kleine blaue Cantrips und dann lege ich Teferi, mache ein 2-2er und nächste Runde greift er als 5-5 an oder sowas. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Also Teferi, Third Path Iconoclast in so einer Is-It Spells Shell oder so, da kann ja alles möglich sein. Und man muss auch nicht unterschätzen, die Minus 2 ist gar nicht so wirklich eine Minus 2, weil jedes Mal, wenn ich in meinen Draw Step gehe, dann ziehe ich ja wieder eine Karte und dann bekomme ich automatisch eine Loyalty. Also dieser Modus Teferi, minus 2, minus 2, Teferi ist tot, passiert ja nicht, weil ich erstmal wieder Loyalty bekomme, dadurch, dass ich Karten ziehe. Und das heißt, ich könnte im Constructed wahrscheinlich einfach die ganze Zeit nur Spirit Spam und die immer wachsen. Und ich glaube, Teferi ist einfach eine Bombenkarte und für mich hier verdienterweise auf Platz 1 der krassesten Karten für Constructed aus Brothers War. Ähnlicher Aufruf wie gestern bei den Limited Karten. Lasst mich gerne wissen, was ihr noch denkt, was für Karten auf jeden Fall hier auf die Liste hätte mitkommen sollen. Es ist immer schwierig, aus 280 Karten nur 5 oder zugegeben, heute waren es vielleicht auch ein paar mehr Karten auszuwählen, aber da gibt es zum Beispiel Diabolic Intent oder sowas halt, dieser Tutor, wo man eine Kreatur für Opfer muss, Ursa, Lord Protector oder so, also keine Ahnung, das Portal to Phyrexia, Awaken the Woods, wo man so ganz, ganz viele 1-1 Tokens erzeugt. Also da gibt es vielleicht Karten, die noch im Constructed reinkommen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr denkt, welche Karten noch mit auf die Liste gehören und natürlich auch, wenn man in ein paar Monaten zurückblicken wird auf dieses Video und dann sagen wird, boah, hat Solaris das irgendwie gut erzählt und hat die Karten gefunden, die gespielt werden oder so, Junge, Teferi Temporary Pilgrim kostet gerade 3 Cent, der wird nirgendwo gespielt. Ist vielleicht auch spannend, mal so retrospektiv dann nochmal in ein paar Monaten auf dieses Video zu schauen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Durchhalten, dass ihr bis zum Ende geschaut habt und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss.